Die Atemübung Was ist die Achtsamkeit bei Ein- und Ausatmung? Da begibt sich der Mönch in den Wald, an den Fuß eines Baumes oder in eine leere Behausung. Mit gekreuzten Beinen setzt er sich nieder, den Körper gerade aufgerichtet, und heftet seine Achtsamkeit vor sich. Achtsam atmet er ein, achtsam atmet er aus, atmet er lang ein, so weiß er, ich atme lang ein, atmet er lang aus, so weiß er, ich atme lang aus. Atmet er kurz ein, so weiß er, ich atme kurz ein, atmet er kurz aus, so weiß er, ich atme kurz aus. Den ganzen Körper klarempfindend will ich einatmen, so übt er sich. Den ganzen Körper klarempfindend will ich ausatmen, so übt er sich. Die Körperbildung beruhigend will ich einatmen, so übt er sich. Die ganze Körperbildung beruhigend will ich ausatmen, so übt er sich. Die Verzückung, klar empfindend, will ich einatmen. So übt er sich. Die Verzückung, klar empfindend, will ich ausatmen. So übt er sich. Die Freude, klar empfindend, will ich einatmen. So übt er sich. Die Freude, klar empfindend, will ich ausatmen. So übt er sich. Den Geist klarempfindend will ich einatmen, den Geist klarempfindend will ich ausatmen, so übt er sich. Den Geist erheiternd will ich einatmen, so übt er sich. Den Geist erheiternd will ich ausatmen, so übt er sich. Den Geist sammelnd will ich einatmen, so übt er sich. Den Geist sammelnd will ich ausatmen, so übt er sich. Den Geist befreiend will ich einatmen, so übt er sich. Den Geist befreiend will ich ausatmen, so übt er sich. Die Vergänglichkeit betrachtend will ich einatmen, so übt er sich. Die Vergänglichkeit betrachtend will ich ausatmen, so übt er sich. Die Erlöschung betrachtend will ich einatmen, so übt er sich. Die Erlöschung betrachtend will ich ausatmen. Untertitelung des ZDF, 2020